Ich sehe hier kein Kalkgestein. Wo ist die Kapsel? Da. Wie gesagt, von der Kapsel will ich mich nicht so weit entfernen. Nimm. Beruhig dich. Ich glaube, da hinten was gesehen zu haben. Nase Jupp, Nase Jupp, Nase, 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 Nase Jupp. Bidum, bim, bim. Hier ist anscheinend auch ein Fragment. Auch Seemotte. Salzvorkommen. Och Gott, Nase, du scheiß Ding. Wie da? Auch hier scheiß ein Kreaturenei. Irgendwelcher Schrot. Boomerang-Fisch. Auch Salz. Och Gott. Emergency, 10 Seconds of Oxygen remain. Ich glaube, ich laufe gerade wirklich die ganze Zeit im Kreis. Weil ich hier noch nicht war. Und da vorne ist auch... Im Textur. Ja, zumal Textur. Scheiße. Die Muschel sieht interessant aus, aber ich ertrinke gerade. Emergency. Och Gott. Halt doch die Lumpen fest am Körper. Okay, ist doch auch wieder nur so eine normale Formation von Dingen. Da ist kein... Nee. Auch nur so ein Hübbel. Boah, das gibt's doch nicht. Was für Hübbel, so viel. Irgendwelche Schollen oder Platten oder... Ja, Hase. Ist mir auch bewusst, beruhigt dich. So, Baupläne, Sprachaufnahmen, Galerie, Datenbank. Willkommen. Überlebens... Erste Hilfe, anwenden, falls nötig. Umgebung untersuchen, andere Überlebende lokalisieren, Verfügbarkeit von Essen und Wasser feststellen und über die Größe der Ration entscheiden. Fluchtkapseln nach Schäden untersuchen, gegebenenfalls reparieren. Mit dem kurzstrecken, Komplikationsrelais der Fluchtkapsel ein, lokale, es muss egal sind, verfügbare Materialen sammeln, überlebensausrüstungsverwendung, Wollen wir was machen, physische und physische, äh, psychische, bis zur Rettung bewahren. Anmerkung, diese Informationen sind als allgemeine Leitfahnen gemeint, vor allem solltest du dir auch immer dem Rat deines PDAs folgen. Welches die speziellen Umstände, in denen du dich befindest, berücksichtigt? Read me. Multi, 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 Multi-Umgebungsschutzanzug. Okay, es ist nämlich gerade tatsächlich alles überhaupt gar nicht. Taschenlampe? Well. 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 Geh mal grob zurück, um was zu trinken, um was zu essen. Wenn wir hier eventuell noch einen Blasefisch, ganz kurz. Der unten ist einer. Weil. Dann haben wir auf jeden Fall was zu essen und was zu trinken. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Gott, hier sieht es so scheiße aus, du mir leid, das zu sagen, aber. In Japan werdet ihr begehrt. Nicht zum Verspeisen. So. Ernährung. Gekocht, gekochter Boomerang. Wasser. Gekocht, gekochter Kika. Habt ihr kaufen Kika? Lööö. Dann. Ausrüstung, Scanner. Brauchen wir nach wie vor Batterie. Dafür brauchen wir nach wie vor Kupfer. Löö. Ja, das sind das ziemlich grössenteils nach wie vor nicht. Okay. Ja. Erstmal was schnabulieren. Schild. Ich kriege kein Schild bauen. Das ist das Inventar. Entschuldigung. Bringt auch ein bisschen Wasser. Auch ein bisschen Wasser. Das bringt auch Wasser. Aber nicht so viel. Weißt, wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir noch ein oder zwei Blasefischs bekommen. Sind die gut oder böse, die ich da gerade sehe? Sind die ganz normalen, oder? Die leuchten los jetzt. Das ist okay. Aber nach wie vor das Problem. Woher weiteren Kalkstein nehmen? Das ist auch kein Blasefisch. Das ist ein Bumerangfisch. Wird ich auch nicht rein. Das ist Kalkstein. Kupfererz. Wir können uns die Batterie bauen. Wie was auch immer. Das war. Ich habe es nicht bekommen. Rettungskupsel. So. Wir brauchen Seirepilze. Aber wir haben ja 2000 Stück davon. Hatscha-tscha. So. Ähm. Er braucht gar nicht zu machen, einer. Batterie. Du bist so klein und rundlich. Werkzeug. Scanner. Damit können wir Sachen scannen. Ernährung. Und auch für Desinfektionsmittel. Wie kriegt man Desinfektionsmittel? Gemeine Korallinprobe. Okay. Retzel. Retzel. Nehmen wir mal ein bisschen was. Aber wirklich nur ein bisschen, ein bisschen. Aber ein bisschen. So. Dann haben wir ein krasses Handskin-Gerät. Suche. Okay. Weiß natürlich nicht mehr, wo die ganzen Fragmente waren und ähnliches. What do cares? Da ist ein Blaserfisch gewesen, Alter. Hab ihn gesehen. Den werden wir uns jetzt necken. Schlup. Den Blaserfisch wieder weg. Vielen Dank. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Fragmente wieder finden. Das ist, glaube ich, vorteilhaft. Was ist das denn für ein Jugung? Da sind auch noch Blasefische. Meine sind gar nicht mal so schlecht. Kann man essen. Kann man trinken. Emergency. 10 Sekunden of Oxygen remaining. Okay. Mit rechtsklick scannen wir also. Exit Mashroom. Säurepilz. Auf English. Oh, ich rolle. Liveport 5. Wo ist 1 bis 4? Ähm. Da. Blitzel. Blitzel. Damit haben wir schon mal 40, 60. Und wir haben wahrscheinlich nicht. Die Kornkornik auch nix. Warum auch gar nicht. So. Dann können wir jetzt erst mal trinken. Ja, machen wir uns erst mal folgendes. Ähm. Draußen ist gerade Rambazamba. Pitan brauchen wir dafür. Können wir eigentlich gleich noch was bauen. Okay. Das ist doch schon mal gut. Sollen sogar einen Titan-Barren bauen. Bewege ich mich gerade weg? Hallo? Lass mich stehen, du Lump. Eee. Entführigung. Wofür brauchen wir denn Titan-Barren? Dafür. Eee. Glas-Stahl-Barren. Okay. Ich möchte bitte hierbleiben. Persönlich. Werkzeuge. Taschenabend. Überlebensmesser. Titan. Luftblase. Schweißgerät. Laserschnatter. Können wir jetzt bitte hierbleiben? Ja. Was brauchen wir denn für Silikon? Winderranken. Sammelbüschel. Winderranken. Ich Winderranken. Gott. Oh, jetzt aber, Junge. Die ist ja nervig. Also wir können sowas bauen. Jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte einen Korridorgang. Korridor, Luke. Wir müssen die Basis zugelangen. Glas-Korridor, Leiter, Fundament, Verstärkung, Mehrzweckraum, Fenster. Wie kann ich denn was bauen? Ich weiß es nicht. Weil ich habe dafür ja alles. Aber wie kann ich das bauen? Ich weiß nicht, wie wir was bauen können. Es tut mir leid. Vielleicht brauche ich dafür erstmal ein Werkzeug. Oh, den ganzen Titan hier. Titan, Titan. Boah, ich habe schon drei oder vier Fragmente gesehen und andere Dinge. Jetzt, wo wir es gehen können, da ist es weg. Das ist natürlich nicht weg, weil ich wusste nicht, wo es ist. Ich sehe es auch nicht mehr. Weil die nicht so weit weg waren. Also davon ganz abgesehen. Das ist Metallschrott. Da kommt irgendwie Klobze raus. Da kommt gleich bestimmt wieder was raus. Ja. Weiß nicht, ob man da unbedingt rein sollte, weil... Ne? So aus gegebenen Gründen. Eventuell könnte das Heuss sein. Bewege ich. Ähm. Was? Ich würde mir jetzt gerne was bauen. Erneut? Ich weiß nicht wie. Wir brauchen mal Glas. Ja, aber dafür nicht. Womit muss man ja anfangen? Weil es ist ja egal, wo drauf ich klicke. Es passiert halt nichts. Ich bin vollkommen lax. Wo sind die Sachen auch zum Scan hin? Wir scannen hier einfach mal so ein bisschen fröhlich umher. Räkeln des Gras. Könnte ich das einsammeln? Ne. Manche Sachen braucht man glaube ich auch ein Messer, damit man die abschneiden kann. Deswegen... Erstmal Voraussicht verhalten lassen. Und weiter erkunden. Den... Oh, Mr. Blasenfisch. Dich hätte ich gern. Ich war zu langsam. Hier sehe ich gerade nichts zum Scannen. Ich weiß echt nicht mehr, wo die Dinger waren. Wie gesagt, so weit war ich auch nicht weg. Das ist auch nur mit Teilschrott. Oberfläche. Ja, weiß ich doch. Nee. Hier ist jetzt auch nichts. Lag ja eher oben als unten. Glaube ich. Aber ich schwimme gerade auch die ganze Zeit vollkommen krank. Och, Misty Cook. Eine Karte, dass ich mir selbst irgendwie kartografiere oder ähnliches? Anscheinend nicht. Da ist was. Drei Stück gibt es aber auch nicht. Hat er auch alle drei schon gesehen, bin ich gerade der Überzeugung. What the fuck. Der Viech hat das angegriffen. Ah, da hinten sehe ich ein Fragment. Scheiß auf den Bösen, Viech. Nicht das, was ich gerade gesucht habe. Lass mich in Ruhe, ihr Viecher. No, no. Böse, Viech. Also eins von der Seemopfer haben wir schon und irgendwie zwei andere Sachen. Und wir haben einen bösen Viech gefunden. Der Ries nicht liebt, der böse Viech. Das sind für ein Viech. Ein Gary-Viech. Schmeckt der? Kann man den essen? Eww. Den nehmen wir uns noch ein. Sieht auch richtig wie so ein Gary aus. Oh, hier oben liegt was. Nein, nein. Da sehen wir ein Fragment. Moment. Wo ist das dritte? Ist das Kalkstein? Nein, ja, ne? Oh, wir müssen ganz genau gucken. Oh, die Fragmente nummer 3 ist. Weiß ich sie gerade nicht. Stimmt voll offensichtlich, aber ich gucke nicht hin. Ah, okay. Mit Leertaste kann ich auch aufsteigen, wenn ich so nach unten gucke, um was zu sehen und ähnliches. Da ist ein Glas Viech, den ich auch gerne. Inventar voll. Gehen wir mal kurz zurück. Boah, wo ist das E-Motent? Fragmentel. Auf rein. Vielen Dank. Persönlich. Was können wir herstellen? Ein Rohr. Gekochte Nahrung, gekochter Gary-Viech. Brauchen wir uns mal einen Gary-Viech. Der sieht aber lecker aus. Schön gegen die Vegetarier und Veganer. Stell dir mal vor, vor langer Zeit hat man auch ohne die ganzen chemischen Sachen überleben können. Da hat man auch Tiere gefressen, also jammert nicht. Seemorte Blaupause, 2 von 3. Mobile Vehikelbuch Blaupause, 1 von 3. Seaglide Blueprint, 1 von 2. Aber wie ich die bauen kann, was bringen die uns denn nicht so viel, aber naja. Hier knuspert man trotzdem mal was. So, wir haben hier einiges an Titan und was mich jetzt interessieren würde, persönlich Werkzeug. Er stellt aus Rohmaterialien, Habitatssegmente und Geräte. Werkzeug Reparaturwechsel funktioniert in allen Umgebungen. Schneidet Sachen auf. Computerchip und Batterie brauchen wir dafür. Ein Computerchip. Tischkorallenprobe und Silber Earth. Das klingt beides nicht so simpel. Sehen wir hier irgendwo ein Blasenviech. Oder ein Fragment alternativ. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Blasenviech. Weil, die müssen natürlich viel erst trinken. Ich finde das hier überhaupt gar nicht mal nervig mit dem Überlebensaspekt. Das finde ich bei anderen Spielen schlimmer. Weil ich es ein bisschen unlogisch finde, wie viel man essen und trinken muss. Wiederum habe ich auch gar kein Gefühl, wie lange hier ein Tag geht. Also, kann ja sein, dass wir schon seit sechs Tagen hier sind. Nur sind drei, vier Viecher auch nicht gerade viel. Und ja, ich bin mir sehr sicher, dass das Viech ausgesprochen wird. Einen gibt es bei uns nicht. Ich glaube, ich habe da vorne was gesehen. Ich glaube, es war schon wie eine Textur. Da hinten. Ist das was? Ne. Sag mal, nur mit Teilschrott. Das sah ein bisschen... ...was Fisches aus. Lass mich in Ruhe. Ombre, wir sind noch gut miteinander gestellt. Da ist ein Kalkstein. Den würde ich mir gerne mitnehmen. Habe ich da noch Platz im Inf? Ne. Kalkstein, lassen wir die auch mal. So nett sind wir. Wow. Oh, ich möchte gerade mal keine Bekanntschaft machen. Ich bin der Umberto und ich komme, um euch zu töten. Unten was? Auch nicht so wirklich, ne? Ich bin noch nichts. Tafoll ist ein Metallschrott. Ja, ich weiß, es wurde nicht angezeigt. Ich bin mir sicher, dass es gleich käme. Ich kann noch mal weitergucken. Ich glaube, haben wir bereits im Scannen. Im Scannen, wie erst mal das eine oder andere. Es wird Nacht. Bei Nacht sehe ich nicht mehr so viel. Nicht, dass ich bei Tag viel sehen würde. Aber bei Nacht hält noch weniger. Also eine Karte wäre echt nett. Einfach um zu wissen, wo ich so ungefähr bin. Da. Seemottenfrockment. Nicer, dicer. Seemottenblaupause freigeschultet. Werden wir uns doch gleich mal angucken, was es damit jetzt auf sich hat. So, sehe ich hier noch irgendwo ein Fragment. Voll konzentriert hier. Es tut mir leid, aber es ist einfach so spannend. Weil ich hier genau sind es die Umgebung. Scanner, ob irgendwas hier auffällig ist. Das ist gleich noch mal die Enzyklopädie angucken. Da mache ich schon einen Stopp, weil dann sind wir fast bei einer Stunde. Inventar gesaved. So, jetzt interessiere ich erst mal die Seemotel. Wie kann ich denn die geile Seemotel? Einsetzbares, wasserdichter, Schild. Ne. Ne, Thermomede. Das kriegst hier mir alles nicht. Wasser. Wasser interessiert mich schon. Vielen Dank. So, Ressourcen interessiert mich jetzt wahrscheinlich auch eher weniger. Ähm, ja. Dann. Trink mal erst mal das Wasser. Baupläne. Schmierstoff-Energiezelle. Schade, ich kann die hier nicht klauen. Was brauchen wir denn für eine Energiezelle? Äh, Zelle. Batterie mal zwei, Silikon-Gummi mal zwei. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und Schmierzeug? Schmierzeug? Wissen, gar nicht mit bei. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Also Grundmaterialien, Titan, Silikon, Glas, Dess, Mac, Blei, emiliertes Glas, Plast, Benzose, natürliche Fasern, Komfortrad, Batterie, Energiezelle, Computerchip, Kabelsatz, erweiterter Kabelsatz, Schmierzeug ist hier nicht mit bei, essen wird es auch nicht sein. Luftblase interessiert mich gerade mal nicht, Leuchtfackel. Pressluftflasche, 30 Sekunden Atemmache, Luft, Glas, wenn wir jetzt gerade mal Glas herstellen, ist es wahrscheinlich schon. Weil, dann können wir ja ein bisschen länger atmen als 45 Sekunden, sondern können wir 45 Sekunden. Aqualung. Archivmeld. So, wo können wir das Ding denn hinsetzen? Es muss im Inventar bleiben. Oh Gott. Nie noch Platz drin. Na ja. Ein Rucksack wäre gar nicht mal schlecht. Oh, auf jeden Fall aber schon mal was zum Atmen. Gewinnt Körperflüssigkeiten zurück. Schwimmflossen, Silikongummi mal zwei. Thermometer hat Temperatursensor. So was gibt es. Also Moment, ich wollte ja die Enzyklopädie angucken. Eingucken. Datenbank, Technologie, fremde Lebensform. Fauna, Pflanzenfresser, Boomerang. Zwillingsflossen. Die beiden Flossen dieser Spezies sind knoppelige Auswüchse ihres Skeletts, was ungewöhnlich ist. Weniger schadensanfällig, aber schwieriger nachzuwachsen. Geriefte Zähne legt eine Spezialisierung auf das Zerreiben von Korallen nah. Tagsüber aktiver und fluchteinfällig, wenn man sich ihm nähert. Beurteilung, Essbar, düftig, aber zuverlässig. Gary Fish. Langsamer, neugieriger Pflanzenfresser. Tarnfarben lassen Anpassungen für Ausweichmanöver am Marysborn vermuten. Augenstile könnten nützlich sein, um Feinde aus Verstecken zwischen den Korallen zu beobachten. Grosse Bauchhülle frisst tagsüber die ganze Zeit, dass es nur wenig essbares Fleisch übrig lässt. Beurteilung nicht so genießbar, wie er aussieht. Flora, blaue Palme, Visuals Unidentified. Okay. Visuals Unidentified. Okay. Se more, da steht auch so ein bisschen was dazu. Dopp-di-dopp. So, wir machen nochmal einen Tauchgang, ist gerade Nacht, sehr schön, nicht so ganz. Ja, was wir denn machen werden? Also, ihr habt wahrscheinlich off-screen erstmal so ein bisschen Farmen, damit wir anfangen können, was zu bauen. Wäre jetzt so meine Idee. Kann die rote Fischkoralle nicht skinnen, ist ja schade. Hätten wir anfangen können, weil es ist wahrscheinlich für euch nicht ganz so interessant, die ganze Zeit nur zu farmen, würde ich jetzt behaupten wollen. Deswegen werde ich das mal ein bisschen off-screen machen. Dass wir denn die interessanten Sachen tun können. Und bis dahin würde ich mir jetzt glatt von euch verabschieden. So, sehe ich mich hier auch noch irgendwo. Wir sehen uns wieder. Es ist voll werk für dich, dass mein Schatten so teilweise gerendert wird. Oh Gott. In einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt, Let's Chaos Subnautica. Bis dahin verabschiedet mich einmal recht herzlich von euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mal einen Kommentar da oder ein Like oder sonst irgendwas. Wir sehen uns wieder. Bis dann aber. Bye. Euer Kriegsbrot. Reintödelie.